Nein, denn der Weihnachtsmann nicht, aber gehen trotzdem wählen. Ich verstehe nicht. Es ist so. Wer bestimmt? Ich kann mich erinnern an ein Wort. Ich kriege an ein Wort von Schalbe Gold, damals er gesagt hat, die Politik von Kreis hat nicht an der Börse bestimmt organisiert. Er hat sich total geehrt, auch in dem Bereich. Denn an der Börse wird die Politik der Großländer gemacht. Gucken Sie mal, sobald ein neuer Politiker da ist, das ist der nächste Satz der Öffentlichkeit. Wie werden die Märkte reagieren? Das sind Schäden. Natürlich bin ich genau wie sie möchte, dass mir die Rechte geben, dass die Menschen reagieren, dass ich mich alles gefallen lassen. Aber das ist einfach so. Ich bin kein Fatalist und deterministisch, aber trotzdem muss man wissen, real zu reagieren. Auf Märkte, die alles, was stimmt heute, ist auch ein guter Weg. Frau T., sehen Sie denn das, was die Piraten versuchen, als probates Gegenmittel? Oder ist das dann eigentlich nur eine virtuelle Beschäftigung, die ein gutes Gefühl macht, während die Entscheidung woanders fahren? Also wenn Sie so fragen, das ist ja wirklich ein totaler Abgesang auf die Möglichkeit von Politik. Das klingt ja, als wollen wir jetzt als Fazit der Sendung quasi festhalten. Politik ist mehr als so ein Hobby oder Spiel in der Freizeit und draußen irgendwie tobt es echt Leben und Tun. Also das ist wirklich ein völlig falsches Bild der Welt. Und so sehr es natürlich stimmt, dass die Wirtschaft mächtig ist und dass die Wirtschaft eine Realität ist, mit der Politik befassen muss. Ist es so, dass die Politik im Rahmen, in dem die Wirtschaft überhaupt entstehen konnte? Also da wir heute so kritisch sind, Finanzmärkte und so weiter, ist das Ergebnis in zwei, drei Jahren Krise, die wir gerade hinter uns haben. In den ganzen Jahren davor war ein wichtiger Bestandteil von Politik die Liberalisierung der Märkte. Das, was wir heute haben, ist das Ergebnis von Politik. Das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen oder so. Das ist auch kein Artursatz, sondern dass die Welt, die wir politisch wollen, uns erwirkt haben. Und wenn wir jetzt nicht mehr wollen, sondern ändern möchten, werden wir das innerhalb eines politischen Prozesses tun. Also da gehöre ich nach wie vor zu den Idioten, die daran glauben, dass das möglich ist und auch zwingend erforderlich. Also sich hier zuzulegen und zu sagen, ach, das macht doch alles die Wirtschaftspolitik, ist wie ein Auslaufmodell, also ein Modell, wie man kann, sondern so einem Fall liegen. Sie muss dann wissen, real zu reagieren auf Märkte, die alles, was bestimmen heute, ist auch, kann auch eine gute Politik sein. Trotzdem sehen Sie denn, was die Ratversuche dann als Probat-Gegmittel, oder ist das eigentlich eher eine virtuelle Beschäftigung, die ein gutes Gefühl macht, während die Scheide woanders fallen? Also wenn Sie so fragen, dann ist das ja wirklich ein Tal abgesogen auf die Möglichkeit von Politik. Das klingt ja, ich wollte jetzt hier das Fazit der Sendung quasi festhalten, Politik ist nicht mehr als so eine Art Hobby.